. Ich bin eben in Stube gestürzt beim Super-G-Training und bin ziemlich auf den Kopf gefallen. Ich hatte eine Gehirnerschütterung und war auch eine Nacht im Krankenhaus. Und jetzt geht es eigentlich schon besser. Es geht eigentlich von Tag zu Tag besser. Ich habe zwar noch einen leichten Kopfwehren, aber in ein paar Tagen bin ich wieder wie neu.